Ey, ich hab ne Frage, Stefan. Wenn Matt zunächst ist, Cola küsst Orange, was ist denn Multivitaminsaft? Gangbang. Ja, absoluter Gangbang. Hast du gestern auch schon gebracht, ey? So lange mal... Ja, aber Stefan, aber ich wollte den Stefan mal erzählen, aber er kennt ihn leider. Natürlich kenn ich den, Alter. Junge, der ist so alt, Alter. Das sagt dem 24-jährige Alter, der ist so alt, der Witz, Junge, der ist so alt. Gestern, in Deutsch, und der Richtiose erzählt mir den, ich hab'n Lachflash bekommen. Die Lehrerin hat mich angebohlt. Halt die Fresse da hinten! Ruhig auf den billigen Plätzen. Die Plätze waren nicht billig, Alter, die waren alt. Wenn ich da jetzt an den Stuhl denke, auf den ich gesessen hab', Alter. Bro, oder? Nur an den Tisch, wo deine Kasse Kameraden drauf war. Der war nur am Quietschen und am... Oh, was auch immer, Alter. So ein nerviges Ding, Alter. Was bringt denn Bett? Was bringt denn hier schlafen, wenn du eh fast... Spawn markieren, also du setzt deinen Spawn. Ja. Unkompetent, Alter. Unkompetent. Na ja, klar, Digga. Unkompetent ist der zweite Vorname. Ja, warum? Wir sind ja gebeefed, Alter. Keine Ahnung. Ey, bei YouTube-Titel... Ey, das wär ja richtig geil aus. YouTube-Richt geile Titel. Gebeef. Zwischen... Weißt du, was so lustig an der ganzen Sache ist? Du sagst, die ganze Zeit, oh, das ist ein YouTube-Titel, das ist ein geile YouTube-Titel. Safe, wenn ich hier die Video benennen habe, hab' ich keine Ahnung, wie ich das nennen soll, Digga, weil ich dieses Clip nicht finde, Alter. Ich klicke mich dann da durch, Alter, finden wir immer nur an irgendwelche anderen Stellen. Dann hab' ich aber am Ende sitz' ich dann hier und denk' mir, ach scheiße, wie denk' ich den Mist. Hm... Boah, ich könnte ja auch wieder an eine Lava-Wand ranzimmern, ne? Boah... Hallo. Das ist mein Haus. Ich hatte eine Idee. Das Privatsphäre, das geht so aber gar nicht. Ist ja sozusagen der PM, der Bürgermeister hier ist halt, sag' ich mal so. Du kannst mich auch God nennen, Alter. Du kannst mich auch God nennen, Alter. Du wirst ja auch irgendwann mal in einer Staffel erwähnen, dass man so eine Gemeinschaftshaus bauen könnte. Weil das mit dem Haus passiert. Sechs... Fünf... Könnte aber machen, für Süderein, nicht so. Zwei... Zwei... Digga, was bist du für ein Countdown, Alter? Zwei... Groß neues Jahr, wuuuuh! Salaam Alaikum! Ja, wie ist es so aus den 11 Tagen sagen können? Ja... Na, scheiße, Alter. Ist schon fucking 2020, Digga. Dieses Jahr kommen so viele geile Spiele raus, Alter. Ich hab so Bock auf dieses Jahr, Alter. Ich mein... Ich mein, das ist ja... What the fuck? Kinder sind aus dem Keller, halt. Komm, scheiße, Alter. Direkt wieder einfangen. Facken. Fangen mit ihm oder eins an. Ja, dieses Jahr geht ja gut los. Hm... Ich hab ja schon gar Bock mehr auf dieses Jahr, Alter. Aber... Ja, Dirk. Test wieder willkommen. Erster Arbeitstag. Hab voll Bock auf's Arbeiten. Wo ist der Film? Ich hab beim Test 2,2. Oh, ich hab so Bock auf dieses Jahr, Digga. Allein wegen Cyberpunk, Digga. Allein wegen Cyberpunk 2077 hab ich so Bock auf dieses Jahr, ne? Ah, das ist so geil, Digga. Ich will von dem Machen von Witcher 3 erst mal ein neues Spiel, Digga. Ach, da hab ich so Bock, Alter. Da hab ich so Bock, Alter. Da hab ich so Bock, ne? Fuck, Alter. What the fuck? Das ist doch im Hintergrund, Junge. Die, die aus Spyro, Junge, die aus Spyro, dieses Girl, da was immer die Sachen closed. Und die immer... Ne, 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 ne. Oh Gott, Alter, erwähnen das nicht. Da krieg ich schon wieder Flashbacks von damals, Alter. Boah, Spyro war damals aber auch geil, Alter, das Spiel. Aber auch irgendwie bockschwer, Alter. Ich hab das irgendwie richtig schwer in Erinnerung. Ich weiß nicht warum. Wenn ich an Spyro denke, Alter, denk ich immer an Scheitern, Bruder. Ist genau wie... Ich weiß nicht, ob das irgendjemand was von euch sagt, aber ich hab ein Spiel damals auf Gamer gespielt, das hieß Battle Toads. Ja. Das war mit zwei fucking, äh, Turtles, Alter. Es war so bockschwer, Alter. Ich hab das Spiel gehasst, Alter. Ich hab's so oft gespielt, aber ich hab's auch so gehasst, Alter. Ich hab das Spiel nie geschafft, ich hab das nie durchgespielt, Alter. Ich hab grad ne Mauer um ein Haus. Bist du Donald Trumpi, oder was? Ich hab früher Skylander Giants immer sehr gerne gespielt. Ja. I make a wall. Warte mal. Kann man eigentlich noch, äh, Disney Infinity spielen? 3.0 oder wie der Scheißies. Kann man das noch spielen? Sagt euch der Name Skylander was? Ja, leider. Ja, hab ich doch grad was erzählt davon. Echt. Echt, war grad toll gemacht, Digga, zwei Minuten später. Oh, oder was? Sagt euch das was? Obwohl die Server da nicht eingestellt oder so, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaub ich werd das ja mal wieder installieren auf meiner Playstation. Ach stimmt, die hast du grad für Playstation, ne? Stimmt, die hast du grad für Playstation, ne? Stimmt, ich hab's für Playstation sogar direkt. Wo hab ich das Spiel eigentlich? Hab ich das mal gemacht? Was ist das mal rauskommen, Alter? Vor allem das geilste an diesen Dingern war, dass es einfach tolles Spiel dazu gab und die Figuren, Digga. Na. Ja. Ich hab hier halt noch ne Ahsoka-Figur, Luke Skywalker, Darth Vader und Kalouren, Alter. Würd ich den mal installieren, Digga. Würd ich mal reingehen wieder. Boah, das ist staubig gewesen, das Paket, Alter. Oh, davor gibt's ja auch so ne Art Lego-Version, Lego Dimensions oder so. Ja, das soll aber nicht so gut sein. Soll halt mehr Cash-Crab sein als alles andere, ne? Weil die Preise dort halt echt... Ist halt Lego, ne? Weil Lego ist halt so... Alles klar. Weil das Problem halt ist, wenn man zum Beispiel selbst Kinder hat, oh, dann ist es keiner kein Zwei-Wort. Naja, dann geht ruhig pissen, Digga. Hand in Hand, ne? Das regt's halt vor, wenn man das so geistert annehmen kann. Hand in Hand, Junge. Ja, Hand in Hand auf dem Weg zum Dönerstand, Digga. Toilette verloren. Hand in Hand, das haben wir mehr gucken. The fuck. Ja, du bist halt wirklich von Werbung manipuliert worden, ne? Meine Fresse, Alter. Aber jetzt wo ist das Spiel? Hab ich das nochmal ein Regal, oder? Ja, ach, das ist nochmal ein Regal. Okay, gut. Hol ich gleich aus dem Regal raus. Welche meinst du denn, Digga? Da hab ich wieder Bock drauf. Ich weiß nicht, warum. Ich hab momentan so Bock auf alte Spiele, die ich nie durchgespielt hab, ne? Wie zum Beispiel so Witcher 3, Alter. Ich spiel momentan so viel Witcher 3, Alter. Ich hab da jetzt, glaube ich, innerhalb von drei Wochen irgendwie 60 Spielstunden oder so erreicht. Ey, Junge, ich dachte, es ist ein Super Mario Bros. Nintendo DS, Junge. Oh, ich hab das jetzt erst durchgespielt. Ey, warte, heute soll ich Erde haben. Mhm. Lass es zu mir kommen. Boah, nicht pfeifen, Alter. Oh, es gibt nichts Schlimmeres als pfeifen lieber Headset, Alter. Gott. Das trifft halt manchmal einfach ne Note, Alter. Das ist nicht schön. Wie war das denn? Weiß ich nicht. Ich war's nicht. Das war niemand, Digga. Das war ein Geister verloren im Weihnacht, Digga. Der war's. Wer nimmt hier immer aus meiner vordersten Kiste Stein raus, Alter? Dann aus der Mitte, Alter. Es fehlt halt legit in der Mitte Stein. Nicht oben oder unten bei den ganzen dreien, sondern in der Mitte, Alter. Was für ein fucking Shit, Alter. Voller Frau rasiert. So, bei wem sollte ich jetzt Stein in meiner Erde abholen? Bei mir. Okay, und du wohnst wo? Dieses Haus da, äh, hinter der Brücke, oder? Mit den deutschen Handtüchern? Auf dem Boden? Am Strand? Ich hab sogar, ähm, drei Sticks. Da, wo dieses angefangene Gebäude ist. Was ich gerade baue. Der angefangene Mentos. Angefangene Gebäude. Achso, da mit dem Lagerfeuer, oder was? Bei den ganzen... Alter, wie viele Öfen stehen hier, Alter? Natürlich sind die alle leer, Alter. Natürlich sind die alle leer, Alter. Ey, wir haben gleich Spocken, oder? Nee, brauche ich, Alter. Ja, nein. Ich würd' gerne, aber... Ich würd' gerne, aber... Naja, ich staug schon. Aber wir können zusammen ein Livestream machen, oder? Ja, ich nehme mal einen Stack raus. Weil... Kann ich zwei haben? Kann ich zwei haben, oder nur einen Stack? Ey, Del Del, ich zockste nachher mit den Aufruf? Okay, nehm ich zwei. Nee, geh nicht, ich bin meinem Vater. Oh man, wieso, hä, wieso denn? Du musst ja ganz alleine GTA aufruf zocken. Ohhhh. Nee, Juli, das ist aber... Nee, ich hab nur Lust und Exitiv. Spielst du auf PC, oder wo spielst du GTA, eigentlich? PS4. Mein PC ist immer noch kaputt mit Kek. Ohhhh. Habe ich den Verzalt in die Wunde gestreut? Ohhhh. Kannst du einfach keine Pornos mehr auf PC gucken? Ohhhh. Wie viele Level waren's denn? Dieses Kek hab ich mir an einem Tag angewöhnt. Ich hab das... Ich sag das gar nicht, Alter. Ich sag das ab und zu einfach mal so, aber ich hab das nicht drinne. Doch, ich schon. Ich hab das ja einen Tag gesagt, ne? Einen Tag. Einmal nur so. Ich hab einmal gesagt, du Kek. Und es ist komplett drin geblieben. Ja, ist drin geblieben, oder wat? Ja, würd ich auch sagen, oder wat? Oder wat, wat? Ja. Oder wat, oder wat? Ich kenn einer, der sagt immer, oder wat, oder wat? Könnte ich nicht alles. Ich könnt niemand so, oder wat sagen, Digga. Wenn der, oder wat, oder wat, sagt... Ja, das ist ganz schlimm, weil der sieht immer so oft, oder wat, oder wat. Ja. Wenn er oder wat sagt, dann denk ich mir immer, oh Gott, das ist schon wieder oder wat, oder wat. Äh... Er hat die... Äh... Ja. Oder wat. Ja, genau. Das denk ich auch, oder wat. Ich muss jetzt die ganze Scheiße hier in meine Kiste rein. Oder wat. Ja, lustig, oder wat, oder? Was ist denn dumm, finde? Ey, man macht ne Aussagen und sagt dann, oder wat? Ja, es ist halt einfach so dum, Digga. Die knallt das halt immer am Ende ran, oder wat? Ja. 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 Es ist ja einfach dämen, Digga. Die Leute, die Leute, die das machen, oder wat, ne? Oder wat, das ist halt wirklich einfach so... Guck mal, diese dummen Leute, die sind doch echt gestört, oder wat? Ja, es ist halt einfach nur... Es ist ein dummer Ausruf, der keinen Sinn hat, Alter. Es ist... Es ist wie ein Punkt, oder wat? Ja. Ja. Rettet mal auf, bitte. Oder wat? Hey, womit sollen wir aufhören, oder wat? Oder wat, oder wat, aufhören? Oder wat, oder wat, aufhören, oder wat? Ja. Hast recht gesagt. Mit oder wat sollen wir aufhören, oder wat? Hä, oder wat, hey, Junge, was willst du von mir? Willst du etwa, dass ich irgendwas nicht damit aufhören, Junge? Was hoffst du, oder wat? Es ist halt wirklich schlimm, Alter, dieses, oder wat, Alter. Es hat keine Bedeutung. Es ist so leer, Alter, diese Aussage, Alter. Ja. Ist ja wirklich so dumm, diese Aussage, oder wat? Ne, auch generell. Es geht mal halt auch langsam auf den Sack, oder so, wenn Leute auch Alte sagen. Am Ende des Satzes immer Alter, 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 Alter. Ich mein, Digga ist halt so, sag ich auch noch manchmal so, es geht noch so. Aber, Alter, oder wat, das ist halt so nervig, Alter. Ist halt so nervig einfach, Alter. Oder gell, genau, gell, gell am Ende, Digga, gell. Oder geil. Geil hab ich nie gehört, immer gell. Vielleicht nicht mehr so, ne, gell, gell. Sag mal zum Beispiel, boah, das ist voll geil, ey. Wie jetzt er gehört. Ja, geil, ey. Das bedeutet, er findet es geil. Das ist ja jetzt nicht einfach nur so was Leeres wie Digga, oder Alter. Ja, geils, mein Schaf, jetzt kann ich endlich in einem Bett schlafen. Wow, was für ein Mensch, Digga. Ich hab ne riesige Wohnung in einem Bett, Digga, ich hab kein Bett, Digga. Ich hab einfach kein Bett. Ich hab hier Weizen angebaut, ich hab ein riesiges, ich hab alles mögliche, aber kein Bett bei mir. Sad life, Digga. This is so sad. Achso, wir haben übrigens nur noch 5 Minuten, da ist die Aufnahme zu Ende, ne, sehe ich gerade. Last five minutes. Aber die Zeit ging heute sehr schnell rum, ne, also ich weiß ja nicht, Digga. Ne. Setz belastend. Setz belastend, Digga. Irre. Bestes Deutsch, Digga. Setz sehr belastend. Haha. Englisch-Deutsch, Alter. Ich glaub, ich werd hier nach noch ne Stunde Fortnite streamen. Ich glaub, ich glaub, ne Stunde Fortnite werd ich noch machen, Digga. Ich mein, ich brauch heute nicht einkaufen, ich war gestern schon. Ich glaub, ich werd hier nach noch ne Stunde Fortnite streamen. Äh, ja. Ja, schon, ich glaub schon, ja. Wohin, ich bin. Wohin, platziere ich mal ein Bett hin. Hier. Ja, am besten in deinem Haus, ne, ey. Was machst du mit der typische Frage, Alter? Ne, weil ich hab jetzt hier in Ambus stehen, da ne Werkbank, Ofen, Kiste. Pff, in eine Richtung, Alter. Pff, brauch ich nicht. So, hau ich jetzt hier wieder ne Lavawand rein. Ich könnte hier wieder so... Jetzt kann ich jetzt angeln. Dann könnte ich hier auch noch reinhauen, ne? Hm. Ich werd dann die letzten fünf Minuten angeln. Ich glaub, ich glaub ich soll es aber mehr. So, aber das Angeln in dieser Staffel ist schon ein Pass. Es bringt vor allen Dingen was, das Angeln. Oh, ey. Jeden Mann, sag ich später. Vor allem, weil das so in der Welt ist, wo... Meine Eltern kamen grad nach Hause, oder was? Was hast du gerade gesagt, Digga? Äh, was ich hab grad nicht mal nen Namen gehört, Digga. Aber das ist absolut verlauben, Digga. Meine Eltern kamen grad nach Hause, oder was? Ja, genau, das mein ich auch, oder was? Oder was, oder was? Oder was, oder was, oder was? Okay, jetzt glaub ich, da nervt es aber bitte. Hört mal auf. Nervt wirklich, oder was? Fängst du gleich an zu heulen, oder was? Oder was? Wir können kaum noch aufhören damit, ne? Ich kann easy damit aufhören. Ich kann easy damit aufhören. Also, bei mir gehört das gar nicht zum Wortgebrauch. Ja, bei mir schon, oder was? Also, ich kann's auch kaum aufhören, klar. Ich sag mal so, wenn man jünger ist, ist man auch leider zu beeinflussen, ne? Dann... Ja. Ist es halt noch so, oder was? Ja, oder was? Das ist ja komplett flex, oder was? Ja, sicher, genau, oder was? Wie der eine immer, oder was, dazu? Ruft, Alter, ohne irgendwas zu sagen, oder was? Alter, geht doch gar nicht, oder was? Oder was, oder was? Alter, gar nicht gewöhnt ihr euch erst richtig an, Alter, wenn ihr das nochmal sagt. Ganz ehrlich, ich sag's vielleicht heute, aber danach nicht wieder. Das ist bei mir einfach so. Ja, glaub ich nicht. Oder was? Weißt du, ich gewöhne mir das jetzt an, oder was? Glaub mir, oder was, Digga? Ich gewöhne das nicht an, oder was? Oder was, oder was? Na, glaub ich nicht, oder was? Ich bin ganz kurz weg, oder was? Nee, oder was? Na, komm, dann wieder, oder was? oft haben es übrigens gleich zu Ende, es kann sein, dass der wieder guckt, gar nicht mehr da ist, aber alle weg Ah, geil Komm mal, ey, Fräulein, oder wat? Naja, genau, genau so, oder wat? Okay, das nervt langsam Ach komm, sei nicht so angepisst, oder wat? Ich bin nicht angepisst, das nervt, oder? Na klar, oder wat? Klar bist du angepisst, oder wat, Alter? Prichtig angepisst, oder? Kannst du nur zurückhalten, oder wat, oder wat? Ja, oder? Ja! Der Rasen hat sich verbreitet, der Ding! Junge, bitte, bitte, bitte Wasser reingemacht, man! Junge, welcher Huren, wie war das nun? Äh, Serralox? Digga, Marshala, nicht so ne Ausdrücke hier, verfickte Scheiße, man! Du wolltest ja, ähm... Junge, ich wär fast gestorben wegen dem Keg, man! Zurecht, Bruder, zurecht! Versuch's ausdrücken hier! Gar nicht! Nee, ich hab kein Bock, irgendwie... Guck mal, das wollen wir zu Minecraft, diese Welt, die wir da haben, ist übrigens scheiße, und ich werde jetzt keine neue machen! Wenn ich bei meinem Vater bin, dann streame ich Minecraft wieder! Mhm, mhm, mhm... Ja, weil's das Problem, mancher bezahlt! Nervt man nicht, Alter! Die scheiße Chips-Düte! Du weißt doch nicht so viel! Na, nicht vollkauf von der Chips-Düte! Ja, gut, du bist halt im Laufe gestalten! Wenn die Chips-Düte auf dich rauf fällt, dann kannst du nicht mehr aufstehen! Dann lieg's auf dem Boden, Alter! Platt gedrückt, Alter! Kann sich nicht mehr bewegen, oder? Was will ich mit zwei Satteln? Weiß ich nicht... Aufsatteln? Ja, aber ich brauche mit zwei Satteln, oder? Ja, nimmst du für deinen Kollegen mit, oder? Alter! Wie lange geht's noch, oder? Nee, ich weiß... Äh, ich würd sagen noch ungefähr ne Minute, oder? Also fünft nach hab ich gesagt, oder? Aber... Okay, oder? Also es wird wieder ne verlorene Folge, oder? Na, fast, oder? Oder, oder, oder? Na? Du machst jetzt Auto? Okay, wir machen die Challenge, ja. Wir machen jetzt, äh, jeden Satz sagen wir jetzt mit, oder? Oder, oder? Oder, oder? Oder, oder? Okay, oder, oder? Oh nein, wir wollen eigentlich, okay! Oder, oder? Digga, du gewöhnst dir dieses, oder, oder? Ganz ehrlich! Du, du bist so ein Kandidat, Digga, du würdest dir das angewöhnen, ganz ehrlich! Hör doch mal auf, wie ich jetzt den Apfel schieß mit Kek! Hör doch mal auf, Mann! Oder, oder? Ja, nicht ganz genau so, oder, oder? Oh Gott! Bei mir ist es halt so, ich bin halt nicht beeinflussbar durch so ne Scheiße, Digga! Ich fühl mir das halt nicht an! Das einzige, was ich mal angewöhnt hab, ist Digga! Weil ich einfach irgendwann mit Digga angefangen hab! Das ist das einzige, was ich mir angewöhnt hab, Digga! Ja, ich hab auch mit Kek angefangen! Ja, ich hab auch mit Kek angefangen! Kek war einfach so drin, aber... Irre ist aber ein Wort, Digga! Das kannst du halt einfach sagen, Digga! Ist halt was Erdfuß! Boah! Schon wieder, Digga! Das waren die 15 Uhr Nachrichten! Danke, dass die dabei waren! DIN 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 DIN! Krieg dich ins Kliiii! Junge, geh mal weg! Na, ah! Na hallo, weg! Äh, na! Junge, vor allem mit Typs, wir haben mit ganzen Loot, geh mal weg! Warte, kennt jemand No-Idea? No-Idea, Digga, wer ist das? Geh noch mal weg, runter von meinem Grundstück, Mom! Ich, ich... Geh mal, ich bin immer noch oft irgendwo raus! Äh, was Survivor oder so! Ich sage! Aha! Er hat nen Briefkasten! Für was braucht er den? Ja, um Post zu bekommen, alle! Junge, Junge, geh doch mal weg jetzt, Junge! Keiner will den! Junge, mach doch nicht alles kaputt, Mann! Ja, er hat halt Dörte, Digga! Wir alle spielen hier, halt du, du machst dir alles kaputt! Ich baust mein Haus auf! Ich mach's mir noch oben, natürlich! Junge, was ist mit euch, Alter? Ihr seid die Einzigen, die sich gehen! Seid ihr so abfacken wegen irgendwas, Alter! Was ist mit euch? Ja, ich bin der Einzige, der keine Scheiße baut! Da voll doch ein bisschen drüber! Dinko, du, da... Du, da... Du bist doch mal dreimal so viel Scheiße wie alle anderen, ne? Das ist doch mal ehrlich, Digga! Das ist halt ehrlich so, oder wat? Ja, oder wat? Das ist ganz genau so, oder wat? Alter, ich komm! Kommt du wirklich nicht hin mit, oder wat? Ja, oder wat? Muckst du auch, oder wat? Alter, hier so ne Frage... Hinter irgendeiner Frage könnte man das schon irgendwie jedes Mal sagen, oder wat? Safe von der nächsten Aufnahme, oder wat? Also kommt der die ganze Zeit nur noch mit, oder wat? Das ist safe, oder wat? Hä, du doch... Hä... Ich glaub nicht, dass das jemand tut, oder wat? Ja, mal gucken, ne, oder wat, Alter, was dann passiert, ne, oder wat? Ja, ganz genau so... Vor allem, Alter, der Rasen, Junge! Der ist halt immer noch nicht fertig, ne? Weißt du? Der ist also heute früh schon! Der hat sich gerade ausgebreitet, Digga! Der Einige ist jetzt schon zu Ende, Digga! Ja, ich wollt grad noch was gucken, aber das verbreitet... Nein, nein! Ich hab kurz nicht zu Ende reden! Geht's jetzt nach 5 Minuten, oder wat? Ich bin jetzt ohne weiterer Heilsen! Ah, das ist nicht so schlimm, oder wat? Falls ihr mal gesagt habt, dann abonniert auf jeden Fall! Du musst euch jetzt nur geheirat, Stefan! Und mich, oder wat? Raus! Nee, ich glaub's... Das war wie vor die letzte Folge mit Cerralox, Digga! Der geht mir jetzt auf den Sack, Digga! Der macht die ganze Zeit Werbung, Alter! Der ist auf jeden Fall jetzt gebannt, Digga! Den werden wir nie wiedersehen! Das ist auf jeden Fall jetzt raus aus dem Projekt, ne? Auf jeden Fall gehört dir nicht die 200 Abonn... Äh, 200 Abonn... Echt jetzt? Er ist jetzt eine Woche gebannt auf dieses Projekt, Digga! Bis Samstag! Bis nächsten Samstag ist er jetzt gebannt, Digga! Eine Woche! Also sieben Tage! Ich wollt grad sagen sieben Tage! Bis nächste Woche Samstag bist du gebannt, Digga! Du bist der nächste Auftrag! Da kann ich... Da kann ich mal Leute kommen! Könnt ihr nicht hier immer 200 Abos? Was ist? Was? Könnt ihr nicht hier 200 Abos? Hallo, er macht grad Werbung raus! Ja, er macht grad Werbung, Digga! Jetzt macht er andere Werbung für ihn, Digga! Reine Werbe und nicht drauf! Hier, Alter! Alle machen sie Werbung für irgendjemanden, Digga! Ich hab nur gesagt, mach keine Werbung für... Äh... Ich hab nur gesagt, mach keine Werbung für irgendjemanden, Digga! Eine Woche wann? Das geht ihm wann? Alles... Weißt du was, Digga! Ich bin einfach gönnerhaft heute, Digga! Alle sind eine Woche jetzt gebannt für dieses Projekt, Digga! Erst diese Woche Samstag können alle wieder mitspinnen! Ja, ich bin auch gebannt, Digga! Alle! Wenn dann richtig, ne? Bis nächste Woche Samstag werden wir jetzt alle gebannt, Digga! Entweder die Aufnahme? Ja, die Aufnahme ist jetzt zu Ende, oder wat? Ja, die Aufnahme ist jetzt zu Ende, oder wat? Ja, die Aufnahme ist jetzt zu Ende, oder wat? Also Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal, ne? Oder wat? Ähm... Nächsten Samstag, 13 Uhr, oder wat? Und dann, hau rein, oder wat? Auf Wiedersehen! Ciao! Ey... Mach ich! Ey, das ist... Okay, das war echt fies! Das war echt nicht fies, oder wat? Oh... Grunde, für eine Sekunde hab ich Schiss gehabt, Alter! Weil das Bild auf einmal komplett blau war bei mir in Minecraft, Alter! Ich hab kurz Schiss gehabt, dass man im Minecraft... Mal jedes Mal schmeißen, Alter! Äh, wirklich, oder wat? Ja, ja, der Bild war ganz krass blau, der Geist, oder? Und ich Ende, hau rein, tschüss! Okay, ciao, oder wat? Ja, tschüss! Tschüss, oder wat? Aber... Tschüss! Tschüss!